Hallo und herzlich willkommen, liebe Deutschmann-Freunde zu einem neuen Unboxing. Heute haben wir die Fanbox Richter und Hänger von der Band und ich habe euch natürlich schon die Vinyl dazu vorgestellt, die habe ich rechts oben für euch einmal verlinkt. Wir haben hier eine Holzbox, das Logo von OMB ist zu sehen, darunter der Album-Kitel Richter und Hänger. An den Seiten nichts gebremdet, hier sind zwei Scharnieren, die die Box zusammenhält. Zur Rückseite haben wir auch nichts. Das ist jetzt aufklappbar. Als erstes kommen Strümpfe entgegen, oder Socken sagt man auch so schön. Dann haben wir eine Autogrammkarte, die leider nicht signiert ist. Dann haben wir zwei Bleistifte. Ein Block, den gucken wir uns nachher genauer an. Das DigiPack an sich. Und zu guter Letzt ein Stoffbeutel. Die Box ist nun leer, wir packen sie mal zur Seite. Und fangen mit dem Album an sich an. Das Album Cover ist bekannt von der Vinyl, die Ziege, darüber der Bandname ONG, darunter der Album-Kitel Richter und Hänger. Seitlich haben wir es auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die Tracklist abgelichtet. 13 Dongs, nee, 12 Dongs an der Anzahl. Dann einen Barcode. Weil man kann sich natürlich das DigiPack auch einzeln holen. Links dann das Logo von ONG. Und das Ganze ist natürlich nach einem Record erschienen. Wir klappen das Ganze mal auf. Und wir haben hier die tierischen Gestalten. Die Dichter und Denker sind nicht mehr zu sehen. Nur Richter und Hänger steht hier noch drunter. In der Mitte haben wir die drei Herrschaften. Flux, der Scholz und Crack. Und dementsprechend haben wir hier auch dahinter das Booklet, das auch hier wie einem Zeitungsartikel gleicht. Wir finden ja schon an der Genü. Auch mal sehr interessant. Kennt man sonst so nicht. Die linke Stecktasche müsste die CD sein. Und da ist die schicke CD, der Richter und Hänger. Und wir haben hier noch eine Kuh, dann die Ziege und eine Ente. Alles sehr düster gehalten. Das war's schon mit dem D-Gepäck an sich. Und wir kommen zum nächsten Boxinhalt. Und das sind hier die Socken. Die hier steckt sind mit dem OM-Logo. Schwarze Strümpfe mit weißem Aufdruck. Dann kommen wir zu diesem Block. Hier haben wir ein Geige-Männchen. Wer kennt das nicht früher von der Schule? Und so wie ich das verstehe, kann man hier Geige-Männchen spielen. oder Han-Männ steht hier noch drauf. Ziemlich dicker Block. Kann man mit meinen Freunden spielen. Dann kommen wir zur Stofftasche. Einmal der Ben-Name OM, also das Cover, den wir hier, beidseitig bedruckt. Kann man zum Einkauf nehmen, oder was auch immer. Aber meistens eignet sich zum Einkauf. Dann haben wir hier zwei schwarze Bleistifte. Dann gebrenntet mit dem Ben-Name OM. Sind natürlich schon angespitzt. Sehr schön. Ist ja meistens nicht der Fall. Und als letztes haben wir die Autogrammkarte im Querformat. Im Postkarten-Design. Hinten in dieser Seite ist schwarz. Das war's. Und wir fassen noch einmal zusammen, was sich in dieser Box befindet. Die eben zeigte Autogrammkarte. Ununterschrieben leider. Dann zwei Bleistifte. Dazu den Block. Eine beidseitig bedruckte Stofftasche. Dann die Socken. Und als letztes das Digi-Pack an sich. Das alles in dieser wunderbaren Holzbox. Mich würde interessieren, was ihr vom Album haltet. Und wenn ihr die Band unterstützen möchtet, die Links stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Ciao. Tschau. Vielen Dank.